Schwere Fracht Schientransportwagen Typ ST 1906. Für den Transport längerer Schienenstücke lieferte die Wachfabrik Stauding in den Jahren 1994, also 28iger Transportschemel, da diese bisweilen entgleisten, und da zog man in einer Hauptwerkstatt eine umfassende Überarbeitung, als im Laufe einer zweiten, immer häufigen Lastgefahr, Maschinenstücke von dem Schientransportwagen aus dem Begriffsstand ausgeschieden werden. Aha. Guck mal, da sind die verschiedenen Schienen hier. Hast du gesehen? Guck mal. Ja. Die verschiedenen Schienentypen, die es alle gab. Keine Ahnung, Schienen. Du wusstest eigentlich, dass es doch verschiedene Schienen gab? Gibt's aber. Ja, gibt's jede Menge, gell? Und die müssen auch irgendwie genutzt werden. Naja. Da geht's weiter. Station 6 vor wir von der Straßenbahn aus Alt macht Neu. Ballwagen Typ D, 1924. Typ D 2, 1924, ja. Das sind die Uniformen. Das sind die Uniformen, genau, von der Straßenbahn. Guck mal. 1905. Und da eine Schlage, guck mal, eine Straßenbahn der Angestellten und Arbeitern der städtischen Straßenbahn in Wien. Das wurde vom Kaiser, aber das hat nicht mal geschenkt. Noch eine Frage, guck. Welche Straßenbahnlinie ist im Film zu sehen? Hast du Film? In der Stadt von Wahrscheinlich. 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 Keine Ahnung, um was es da geht. Da steht's doch. Was? Endstation von 1935, der Film Endstation. Atmet den Geist, der städtisch statt des Autoritär und Gehorsam gelten die Unruhe. In der Stadt von Wahrscheinlich. Im Film von einer Sondation von 1935. Okay, neunfünfzig. Neunfünfzig C. Ja. Ja, da gibt's ja etwas zu tun, ich muss erst starten, ob ich drücke, dann starten wir. Okay. Ja. 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 Okay. Ja. 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 2.004 3.005 3.005 5.005 6.005 4.005 7.005 8.005 8.007 9.005 1.005 1.007 1.005 1.004 1.005 1.004 Ich kann auf mein Sohn, mein Sohn. Die Startsebahn soll losfahren. Wir haben ja den Zirösen wie die Kurbel. Du musst doch erst zu starten. Habe ich schon. Das ist aber nichts, weil die Zeit läuft, aber sonst ist es nichts. Jetzt kommt da was. Straßenbahn soll losfahren. Schau dir das Foto genau an, das ist grob. Große Uhr und eine Straßenbahn. Die Frage, welche Fahrstelle ist genau diese Uhrzeit? Drücke dann den Knopf. Drücke dann den Startknopf. Habe ich schon. Ist doch auch schon. Nein, den Großen. Den ganz Großen. Sieh, hast den ganz Großen Knopf. Nein. Guck mal. Wenn die Lampe grün ist, blink, gib etwas. Viel Licht zu tun. Folgende Einweisung. Drücke den Knopf. Auf. Jetzt geht es von vorne los. Mist. Jetzt kommen wir mal. Ja. Wie ist die Weidenstelle? Jetzt sieht das so gleich gut am Hebel. Okay. Jawohl. Aufzug erledigt. Prekäre Zeichen. Was heißt prekäre Zeichen? Ja. 520 Mal in Wien. Der Motorwagen Typ G. Oh, der ist aufgebaut worden, ne? Klar. Der sieht doch schön aus. Ja. Und was haben wir da? Rechts fahren. Das ist doch ein altes Ding. Warte. Ich kenne doch die Geschichte dazu. Ja. 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 Das hat mehr Platz. B. Aber wir haben ja kein Kerzchen, das wir abknipsen können. So was Blödes. Was habe ich wahrscheinlich für eine Führung? Ich hab mich beschwert. Geh das noch mal zum Auswahlplatz und fahrt nach dem Kindergarten. Nein? Arbeiter und Arbeitslose schaffen das Volk von Wien. Der Leichtgewicht. Die kannst du hören. Da musst du da draufpassen dann. Aber jetzt haben wir es schon lang geschreit und dann kannst du hören. Vorher ist noch Musik gelaufen. Aha, meine Straße wurde eröffnet. So, dann machst du es so, wenn du da ganz genau drauf gehst, dann sprichst du. So, dann gehen wir weiter. So, dann gehen wir weiter. Ja, bis 1932. Das nutzt Lisa der Krise. Dann kannst du weiterfahren. Weiterfahren. Ich habe es sehr schön gemacht. Vielen Dank.